Servus Willkommen im Autotino Kanal. Ich bin heute mal wieder nicht draußen machen, sondern bei mir hier in meinem kleinen Vlog-Bereich. Heute testen wir die Olight Warrior 3S und los geht's. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 Was bietet eine moderne taktische Taschenlampe? Die Warrior 3S ist die Vertreterin der Warrior Serie und bietet ein ausgewogenes, sehr helles Licht, eine hervorragende Laufzeit, flexible Bedienung mit Seiten- und Endkappenschalter und natürlich ein super robustes, nach IPX8 wasserdichtes Gehäuse. Für vielseitige Positionierungsmöglichkeiten sorgen der bidirektionale Pocket Clip, das Holster und natürlich der magnetische Endkappenschalter, über den der 5000 mAh-Nakko der Lampe auch aufgeladen wird. Zusätzliche Sicherheit bietet neben der Sperrfunktion der integrierte Abstandssensor, der durch erneutes doppeltes Drücken nach dem automatischen Dimmen bis zum Ausschalten der Lampe deaktiviert werden kann. Diese ganz besondere Taschenlampe könnt ihr euch in unserem August-Zell sichern und das mit bis zu 40% Rabatt. Seid schnell, denn es gibt nur 100 Stück in Deutschland. Bis zum nächsten Mal. 工 MDR 2020 MDR 2020 MDR 2020 MDR 2020 Untertitelung des ZDF, 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 2020